Es ist ja wichtig, dass die Höpfen schlagen. Das ist das Wichtigste dran, gell? Da die Wirbelsäule sind wieder, beziehungsweise der Brustkorb. Vorne ist der Kopf links. Genau, da drüben ist nochmal eine Fruchtblase. Da kommt der nächste Kopf. Schauen Sie, da ist der nächste. Ja, genau, da ganz links. Ist es eine von vorne oder haben wir vier? Ich bin an der gleichen Stelle.